Ich hatte doch was monatelang mit Mark Robin und hab dann gemerkt durch ihn, dass ich mit dir nicht mehr zusammen sein kann. Nein, 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 nein. Dann sind wir wieder beim Ego-Ikaena. Also, wir haben... So nach dem Motto so, yo, also wir wollen uns jetzt gerne trennen. Dürfen wir das eigentlich? Nein, 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 nein. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Prominentgetrennt Wiedersehen-Reaction hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Personen, die ich mir dachte, die dürfen wir natürlich nicht auslassen Und zwar haben wir Fabio und Marlies Ich wollte eigentlich auch hierauf schon früher reagieren Ich habe es aber auch hier nicht hinbekommen Gestern kam auch noch ein Wiedersehen bzw. eine Aussprache zwischen Nico, Gloria, Mark Robin und Michelle Die könnt ihr auch gerne abchecken und heute gucken wir mal, wie es hier wird Ich muss sagen, ich bin gespannt, wie hier die Atmosphäre wird Also wir wissen ja, bei den beiden, die sind auch nicht immer einer Meinung Und ja, mal gucken, ob das so wird wie bei den anderen Oder ob es hier ein bisschen harmonischer wird, bin ich gespannt Wir starten rein, lasst gerne vorab ein Like und ein Abo da Viel Spaß mit dem Video und damit let's go Die erste Frage natürlich wieder, warum habt ihr bei Prominent Getrennt mitgemacht? Einmal, weil ich unbedingt gewinnen wollte Ich wollte das Geld gewinnen Und zum zweiten, Fabio hatte mich ein halbes Jahr blockiert gehabt Auf allen Plattformen, auf Instagram, auf WhatsApp Und ich wusste nicht warum Und natürlich sagt jeder, man hätte das auch draußen klären können Aber bei uns beiden war das immer so, bei jedem Streit ist einer aus der Wohnung gerannt Oder jemand ist weggerannt Und nach der Trennung hatten wir einfach gar keinen Kontakt mehr Da wissen wir ja schon, dass Fabio auch wegen anderen Gründen schon aus der Wohnung gerannt ist Vor allem auch aus der Küche, ne? Wohlgemerkt Aber es ist lustig, weil ich glaube, Kate und Jakob hatten genau denselben Grund drin gehabt Also dass immer eine Person wegläuft Das heißt, wenn das bei euch auch so ist, dann müsst ihr zu Prominent Getrennt Und ich dachte mir, wir haben so viel aufzuarbeiten, weil so viele Missverständnisse existiert haben Dass wir da nicht aus dem Weg gehen können Also wir hatten die Möglichkeit, dort 24-7 aufeinander zu hocken Und nochmal alles, was kaputt gegangen ist, aufzuarbeiten und zu besprechen Sagen wir mal so, unsere Beziehung lief Wir haben uns getrennt und dann habe ich sie blockiert Ich hatte auch meine Gründe Ja, warum? Ich will natürlich nicht in den Teil gehen Also blockiert, blockiert, okay Aber dann dachte ich mir Also die Gründe, die wären natürlich schon interessant Malisa kennt sie ja nämlich auch nicht und wir auch nicht Wir haben zweieinhalb Jahre zusammen verbracht Ja, du hast viele Ecken und Kanten von mir kennengelernt Ich von dir Und ich denke mir, in dem Moment, warum soll... Also zweieinhalb Jahre sind eine Menge Lebenszeit Also wenn du das wegschmeißt komplett Das ist eine Schade Dann kann man vielleicht irgendwas retten Und ich dachte mir, vielleicht eine kleine Freundschaft könnte man da vielleicht auch... Eine kleine Freundschaft Also damit hätte ich jetzt, muss ich sagen, nicht gerechnet, ja Dass Fabio da wirklich für eine Freundschaft war Das hätte ich jetzt nicht gedacht Also er wollte ja nichts mehr von ihr, das haben wir auch gemerkt Aber dass er da für eine Freundschaft war, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht Ich muss mal generell mal anmerken Ich finde wirklich bei denen Ist die Atmosphäre bis jetzt Eigentlich fast schon am entspanntesten Also wenn auch noch bei Michelle und Mark Robin, glaube ich, war es auch so Aber Also wenn ich das so... Wenn ich da an manches denke, ne Die Leute, die Nico und Gloria und so weiter Die hatten ja immer gar keinen Bock da drauf Und das hat man denen auch voll angemerkt Ich habe ja jetzt direkt vor diesem Video diese Vierer-Aussprache aufgenommen Mit hier, wie gesagt, Nico, Gloria, Michelle und Mark Robin Und da war das auch so Also schaut euch das an, dann wisst ihr, was ich meine Eine Bärchenfreundschaft und so, weißt du? So in der Art, ein bisschen so... Eine Bärchenfreundschaft Du hast schon ab und zu noch versucht, so ein bisschen Ne Um mich zu kämpfen während Prominent getrennt Zu kämpfen? Doch, weil du auch einmal ausgerastet bist und meintest bei Prominent getrennt Ja, irgendwie habe ich gedacht, durch die Gewohnheit, dass wir wieder hier sind Alles ist so wie in der Beziehung und irgendwo hast du dir gehofft, dass wir vielleicht doch wieder zueinander finden, bis du realisiert hast, wir passen wirklich nicht zusammen Also, wir haben sehr viele Situationen gehabt, wo wir wieder festgestellt haben Weil in dem Moment, wo man sich bei Prominent getrennt trifft, ja Man hat natürlich das Gefühl, okay, krass, wir sind wieder zusammen Wir sind halt am Anfang gezwungen, zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten als Team Diese Challenges sind auch gut vorbereitet, um diese Gefühle irgendwie hochzubringen Auch wenn du die auch nicht willst, du bist halt in dieser Lage, wo du nichts dagegen tun kannst Du bist halt, du musst halt mit deinem Partner funktionieren und dann denkst du, wenn du funktionierst, krass, also so schlecht sind wir nicht, ja? Und dann kommen natürlich die anderen Punkte, also so wie eine Achterbahn der Gefühle, ja? Diese Prominent getrennte, das ist auch nicht so irgendwie auch eine Kleinigkeit und so Habe, du weißt vom Thema ab? Nein, das ist kein Thema, also auf jeden Fall hoch, wir sind geil, wir sind cool, wir passen doch zusammen Und dann auf einmal kommen die ersten Punkte und so, Zeit zu zweit oder dann, dann, dann Und dann merkst du irgendwie, alles wieder im Keller und dann, die Aussage, der von mir kam Dann fragt man mich, warum ich mich getrennt habe Erstmal hab ich mich von vorne Ja, wie passend, dass die Frage als nächstes kommt Also ich würde sagen, das hat man ja bei allen gemerkt, ne? Am Anfang war das wirklich, wie er meinte, so, man muss da zusammen sein, aber irgendwann wollten die Leute das auch Also, das beste Beispiel für mich ist wirklich Michelle und Mark Robin Bei dem Aufeinandertreffen von denen dachte ich mir so, boah, das wird ja gar nicht gut gehen Und die werden sich absolut nicht verstehen Die hatte auch überhaupt keinen Bock auf ihn Und er war jetzt auch nicht wirklich erfreut Im Nachhinein irgendwie war das krass Also, das hat man bei allen gemerkt Egal ob Sandra und Giuliano, die kamen sich irgendwann auch wieder näher Dann, ähm, bei den beiden hab ich's gar nicht so mitbekommen Aber eigentlich bei allen anderen, Kate und Jakob zum Beispiel, ne? Bei wem noch? Silva und Steffi Michelle und Mark Robin auch Falls ich die noch nicht hatte, ich glaube, ich hab auch fast alle durch jetzt Also, ja genau, selbst bei Gustav und Karina Obwohl er auf gar keinen Fall mehr was von ihr wollte Irgendwann, das war glaube ich nach der Zeit zu zweit Da kam das dann bei ihm auch wieder hoch Also, das war, ja, das ist natürlich auch schon so gewollt, ne? Safe Hab ich getrennt Das stimmt überhaupt nicht Doch, das stimmt Nein, 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 jetzt lösst du mich ausreden Das ist auch geil. Also wir waren ja bei der Frage, warum die sich getrennt haben, oder? Sie meinte dann, sie hat Schluss gemacht und er sagte, es stimmt nicht. Nein, nein, nein. Das ist nicht so gewesen. Also können wir gerne das sagen. Genau, du hast dich von mir getrennt. Ist klar, Fabian. Ich hatte doch was monatelang mit Mark Robin und habe dann gemerkt durch ihn, dass ich mit dir nicht mehr zusammen sein kann. Dann sind wir beim Ego Italiener. Also wir haben, oh Mann ey, da sind wir wieder beim Ego Italiener. Das ist ja eine geile Bezeichnung. Malis und der Ego Italiener. Sehr geil. Unsere Schwierigkeiten in der Beziehung gehabt, da haben wir schon festgestellt, von ihrer Seite, von meiner Seite, dass wir irgendwie nicht passen. Dann merke ich selber, mein Leben ist viel zu kurz, um die wegzuschmeißen. Und so, dann denke ich mir, okay, irgendwie, irgendwie muss ich mir etwas tun. Und dann hat sie, wir hatten einen großen Streit, ja, das war irgendwie am 12. Januar 2022. Ich merke, ich habe mir das gemerkt, weil ich dieses Video veröffentlicht habe. Und genau, also wohlgemerkt, weiß er das genaue Datum davon. Aber es gibt doch Streitigkeiten, wer denn jetzt wirklich an dem Tag Schluss gemacht hat. Vielleicht wären die sich ja da auch noch einig. Und dann hat sie, nach diesem Streit, hat sie, ist sie raus aus der Wohnung gegangen. Und ich habe noch zu dir gesagt, für mich ist es vorbei. Heute Abend veröffentliche ich das auf Social Media. Nein, 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 nein. Und dann bin ich weggegangen zum Fotoshooting. Und dann habe ich bei Instagram gesehen, dass du mir vorher gekommen bist und dieses Video gemacht hast. Aber letztendlich habe ich gesagt, für mich, ich habe die Schnauze voll, für mich ist es vorbei. Als sie raus aus der Wohnung kam. Können wir das mal festhalten, wie traurig das irgendwie klingt? Oder kommt das nur bei mir so rüber? So dieses, ja, du wolltest ein Video veröffentlichen oder, nee, ich wollte ein Video veröffentlichen. Dann bist du mir aber zuvor gekommen und hast ein Video veröffentlicht. Also ich finde das irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen traurig. Wenn man gegangen ist, habe ich hier gesagt, wenn wir zusammen das so weitermachen, ich werde dich anfangen. Hast du überhaupt nicht? Halt deine... Wir haben das so gehabt. In dem Moment, nach diesem Streit, habe ich hier gesagt, wenn wir so weitermachen, ich werde anfangen, dich zu hassen. Und ich hasse dich noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg, dich zu hassen. Und wenn du anfängst, eine Person zu hassen, dann gibt es kein Zurück mehr. Weil dann empfindest du Hass für diese Person die ganze Zeit. Dann dachte ich mir, das lohnt sich nicht, dass wir uns hassen. Deswegen sollen wir uns lieber trennen. Dann habe ich sofort meinen hübschen Manager angerufen. Ich habe ihm gesagt, pass auf, die Trennung muss dir jetzt bekannt gegeben werden. Ja, nur, weil ich durch Social Media... Das klingt halt einfach so von wegen so, ja, da muss ich erstmal nochmal meinen Manager anrufen. So nach dem Motto so, yo, also wir wollen uns jetzt gerne trennen. Dürfen wir das eigentlich? Oder gibt es einen Vertrag, der das verbietet? So kommt das rüber, ey. Erstmal den Manager anrufen. ...erfahren habe, dass du es öffentlich bekannt gegeben hast. Vorher habe ich diese Beziehung trotzdem schon beendet, weil wir nicht mehr zusammen funktionieren. Und weil du wusstest, dass ich Gefühle für Mark Robin hatte. Und weil ich gemerkt habe, dass es nicht mehr funktioniert. Nur weil du das veröffentlicht hast auf Social Media oder so heißt es ja nicht. Habe ich vorhin gesagt, die beiden sind nicht immer einer Meinung. Dass du diese Beziehung getrennt hast. Dir war nur wichtig, dass du die Erste bist, der dir kein Unbekannt gibt, damit du deine Klicks kriegst auf Instagram. Ja, das ist aber so, aber ist egal. Also Fabio und ich sind definitiv... Okay, also wir halten mal fest. Marlies geht aus der Tür. Dann ruft Fabio den Manager an, ob er sich trennen darf. Also das ist jetzt natürlich so übertrieben gesagt von mir, ne. Er ruft den Manager an. Der gibt das Go. Und dann hat er ein Video hochgeladen, dass die beiden getrennt sind. Aber Marlies hat schon, als sie aus der Tür gegangen ist, Schluss gemacht mit ihm. Und er ist ihr aber mit dem Video zuvor gekommen, weil sie wollte das Video erst am Abend veröffentlichen. Oh Mann ey, ich finde das irgendwie lustig und irgendwie traurig, so diese Story. Aber gut, seid ihr wieder ein Paar? Ich glaube eher nicht. Kein Paar mehr. Gott sei Dank. Für mich ist es so, wenn einmal öffentlich vorbei ist, ist es vorbei. Da gibt es auch keinen Lichtschalter-Beziehungen. On-off, on-off für mich sind diese ganzen Beziehungen, die ständig zusammen und auseinander sind, einfach nur peinlich. Ich würde niemals mit einem Menschen, mit dem ich einmal auseinander war, nochmal eine Beziehung führen. Klare Worte. Und deswegen war für mich auch von vornherein klar, wo wir zu prominent getrennt gegangen sind, dass es da nichts zu retten gibt, so wie bei anderen Paaren. Ich finde, wenn man in so ein Format geht, es gibt Gründe, warum man sich getrennt hat. Menschen werden sich nicht ändern und dann sollte man auch getrennte Wege gehen. Das Einzige, was mir von Anfang an wichtig war, dass wir vielleicht versuchen, weil ich ihn ja als Menschen trotzdem mag, auch wenn wir in einer Beziehung nicht funktioniert haben, dass man vielleicht eine Freundschaft aufbaut und als Freunde, weil wir ja erwachsene Menschen sind, dieses Format verlassen. Wir hatten sehr, sehr viele Höhen und Tiefen bei prominent getrennt, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir dieses Format als Freunde verlassen haben und uns gut verstanden haben, weil wir sehen uns keine 24. Merkt ihr das? Diese Ruhe einfach? Er hat sie seit fünf Sätzen nicht mehr unterbrochen. Da ist selbst der Ego-Italiener mal einer Meinung mit ihr. Nicht schlecht. Sieben. Wir wohnen nicht zusammen. Wenn wir Bock haben, miteinander zu telefonieren, dann telefonieren wir. Wenn wir Bock haben, was mit meiner Familie zu machen oder mit seinen Brudern oder Freunden, dann sehen wir uns und danach geht man wieder getrennte Wege. Und das ist einfach das Optimale, weil als Menschen mag ich ihn, aber in einer Beziehung funktionieren wir einfach überhaupt nicht zusammen. Also diese Hass und Liebe, würde ich sagen, hat sich weiterentwickelt durch diese ganze Beziehung und es ist auch da geblieben. Also Hass und Liebe haben wir es halt. Wir hassen uns auf einmal. Ich finde das irgendwie mit dem Bärchen so lustig. Ich stelle mir das wirklich so vor, die haben so den übelsten Streit. Und dann zwei Tage später schreibt er wirklich so, na Bärchen, wie geht's dir? Aber es ist ja irgendwie auch eine erwachsene Lösung bei denen, ne? Das muss man ja sagen. Also wenn beide miteinander befreundet sein wollen, dann ist das ja auch, dann ist das ja gut. Besser als wenn eine Person mehr möchte. Das ist eine der besten Entscheidungen gewesen ist. Am Anfang dachte ich mir, ich war ein bisschen skeptisch darüber, um so teilzunehmen. Aber dann im Nachhinein denke ich mir, wow, wir haben es gemacht. Wir haben diese Erfahrung fürs Leben gesammelt. Wir waren in Südafrika. Wir haben uns da wieder getroffen. Krass, ja, also nach so viel Zeit. Und wir sind halt, wir sitzen halt nebeneinander jetzt. Und ich habe auch keine Probleme mit ihr zu quatschen, mit ihr zu lachen und mit ihr irgendwie witzige Sachen zu erleben. Also, gut. Pfote? Geil. Pfote? Also ich glaube, wenn Fabian und ich jetzt nochmal bei Couple Challenge wären. Wie geht es weiter zwischen euch? Liebes Comeback oder gibt es neue Flirts? Also liebes Comeback ja wohl eher nicht. Also ich glaube, wenn Fabian und ich jetzt nochmal bei Couple Challenge wären, ich habe ja trotzdem die gleichen Ängste. Deutschland würde sich trotzdem beperrlich lachen, wie ich bin bei den Challenges. Aber das Gute ist, er könnte was mit anderen Girls starten, ich mit anderen Boys. Weil ich glaube, wir können auch unseren Beziehungsstatus droppen, dass wir beide Single sind. Und ich wünsche Fabio wirklich von Herzen, dass er die richtige Frau für sich findet. Die wird es irgendwo da draußen geben. Das wünsche ich mir auch. Ich weiß für mich, dass ich es nicht bin. Und ich weiß auch, dass unser zukünftiger Partner akzeptieren muss, dass wir Freunde sind. Weil meine Familie zum Beispiel liebt Fabio als Menschen. Jeder, der uns kennt und sieht, weiß einfach, wir sind lustig zusammen, wir sind irgendwo ein Team. Auch wenn wir, das ist so, wie soll ich sagen, so komisch zwischen uns. Auf einer Seite sind wir so gleich und so lustig und auf der anderen Seite ist so dieses komplett Kontroverse, komplett verschieden. Aber das habe ich auch gesagt bei der Beziehung, als es nicht geklappt hat, als wir uns getrennt haben. Ich hasse sie nicht, sie hasst mich nicht. Es ist nur, dass wir festgestellt haben, dass ich, so wie ich bin, nicht zu ihr passe und sie, so wie sie ist, nicht zu mir passt. Aber sie passt genau perfekt zu jemand anderen auf der Welt, genauso wie ich. Ich weiß es ja, irgendwo ist eine Person kompatibel zu mir. Also unsere zukünftigen Partner. Diese Perfect Match ist da draußen. Ich habe gerade irgendwie an I, You, The One gedacht und dann hat er das mit Perfect Match gesagt. Malisa könnte eigentlich mal bei I, You, The One mitmachen. Das wäre doch mal eine Idee. Fabio war schon dabei, Malisa noch nicht. Partner müssten einfach akzeptieren, dass wir uns halt noch verstehen, dass da null sexuelle Anziehung ist. Also gar nicht. Fabio und ich sind sehr offene, freizügige Menschen in andere Menschen, aber nicht untereinander. Das weiß mittlerweile jeder, dass wir freizügig sind. Apropos Couple Challenge, bei welchem Format würdet ihr noch teilnehmen? Mal alleine zeigen. Ich war ja immer nur mit Fabio in Formaten und ich möchte, dass die Leute auch mal sehen, wie ich alleine bin, weil ich bin als Single, glaube ich, eine sehr, sehr krasse Persönlichkeit und werde oft unterschätzt und nicht so gezeigt, wie ich halt als Single bin. Ich bin ein sehr offener, lustiger, humorvoller Mensch, der sehr, ja, der oft nicht, ich glaube, viele Menschen unterschätzen mich, deswegen würde ich mich sehr, sehr gerne auch alleine mal zeigen, ohne Fabio. Ja, ich sag ja, I, You, The One, VIP. Da können wir dann die, die wilde Malis erleben. Aber ich glaube, es würde echt gut passen, ja, in der nächsten Staffel, die müsste ja eigentlich auch bald schon losgehen, da müsste ja, oder nicht müsste, aber ich habe gehört, Sandra ist da dabei. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber zumindest war es ein Gerücht. Aber zusammen, in welchem Format? Es gibt ja gar nicht so Formate, so mit Ex-Partnern, wo man so... Für dich meinst du? Nee, für uns beide, wo wir uns zusammen nochmal zeigen könnten. Wir bräuchten eine eigene Reality-Show, glaube ich. Das wäre sehr lustig. Das Bärchen-Pärchen-On-Tour. Was auch lustig wäre, wenn wir in so einem Format machen würden, ich suche für dich eine Frau und du für mich einen Mann. Boah, das wäre geil. Das wäre richtig lustig. Ich weiß. Wenn ich seine Frau suche, weil ich weiß einfach, wie seine Frau ist, aber er würde voll den Schrott für mich suchen, weil... Nein, nein, nein. Ey, aber das ist wirklich eine gute Idee, ne? Man muss ja sagen, mittlerweile, man denkt immer, es gibt schon alles, aber dann gibt es trotzdem noch irgendwas, das es noch nicht gibt oder noch nicht gab. Das wäre wirklich eigentlich die logische Idee für ein Format, was irgendwann kommen muss. Zwei Ex-Partner, die für den anderen eine neue Person suchen. Also wir haben ja, wie gesagt, es gibt ja wirklich schon gefühlt alles mittlerweile. Ja, von Match My Mom, wo die Mütter für ihre Tochter jemanden daten. Ne, ich habe es gerade verwechselt. Date My Mom ist das, wo die Mütter für die Tochter jemanden daten und Match My Mom ist das Format, in dem Mütter mit ihren Söhnen sind. Also quasi die Mutter, die date dann die anderen Söhne und die Söhne daten die Mütter. So, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, wie ich das gerade erklärt habe. Ihr merkt, das ist auch ganz verwirrend, was es da alles gibt. Aber das wäre echt eine gute Format-Idee. Ja, dann musst du mir bitte so einen Max Bornmann bauen oder einen Paco oder so. Ne, warte, du musst nicht bestimmen, was ich... Oh, da wisst ihr ja, wen mal ist gut für mich. Ne, bei dir kommt so ein Dirk oder sowas raus mit Brille oder so. Welche Dirk? Ich meine Dirk nicht. Ja, meistens, also ich glaube, du würdest was ganz komisches für mich suchen. Aber das wäre auf jeden Fall sehr lustig, glaube ich. Ich finde, einen perfekten Partner für sie und du für mich. Aber du musst dich beeilen, ihr müsst auch euch beeilen, weil es kann sein, dass ich früher eine finde für mich. Also dann bin ich nicht mehr zu haben. Ja, also Fabio, der ist natürlich ähnlich begehrt auf dem Markt wie Jakob auf dem Transfermarkt. Wie haben eure Familien und Freunde reagiert? Ja, ihr müsst auf jeden Fall die Untertitel auf Italien nicht machen, weil ich so viele Leute in Italien habe und keiner kann das anschauen. Ja, das ist auch ein bisschen unfair. Meine ganze Familie ist in Italien, die können gar nicht sehen. Es gibt diese VPN und so. Ich glaube, ich habe auch denen meinen Account gegeben. Die haben sich sogar diesen Premium Account bezahlt. Und dann, die können das nicht streamen, weil die in Italien sind. Mensch, das ist aber ärgerlich, ja. Die Leute in Italien, die Familie, die wollen einfach nur gerne mal den Fabio nackt bei Dating Naked sehen. Und es geht einfach nicht, ja. Weil das da einfach nicht verfügbar ist in dem Land. Mann, sowas aber auch. Mit Synchronsprechern. Du musst jetzt deine eigene Stimme synchronisieren auf Italienisch. Obwohl ihr könntet sowas von richtig viele Kunden aus Italien holen. Ich sag's euch. Man braucht nur die Stimme halt, ja. Wir haben ja auch viele italienische Reality-Starts. Und den nackten Fabio. Fabio von Make Love Fake Love. Der Fabio. Es ist schwer zu glauben. Ja, Fabio von Make Love Fake Love soll übrigens auch bei Aito dabei sein. Zu wem aus dem Cast besteht noch guter Kontakt? Aber ich habe so viel Kontakt zu Matze, zu Jenny. Die habe ich ins Herz geschlossen. Das wurde leider nicht so gut gezeigt, ja. Weil die auch nur eine Folge drin geblieben sind. Aber ich habe mich so, so gut mit den beiden verstanden. Und auch privat. Und wir mögen uns. Und das wäre auch geil. Also mit den beiden auf jeden Fall. Macht Robin auf jeden Fall auch. Und du? It's your turn. Marlies. Also ich habe am meisten Kontakt zu Sandra und Carina. Wir haben auch eine Dreier-WhatsApp-Gruppe. Wir sind so eine richtige Dreier-Girl-Gang. Wir haben auch versucht, jede Folge in einer Stadt zusammen zu gucken. War mega. Also ich habe die beiden so ins Herz geschlossen. Ich glaube, ich habe noch nie in einer Reality-Show solche Freundschaften finden können, wie mit Sandra und Carina. Mit Kate war ich ja vorher schon befreundet. Mit ihr habe ich natürlich auch noch Kontakt. Und von den Männern muss ich wirklich sagen, was mir auch ein bisschen unangenehm ist, ist Matze einer meiner Bezugspersonen geworden. Aber auch Nico. Echt jetzt? Mit Matze? Mit Matze habe ich wirklich fast täglich Kontakt. Wir verstehen uns super, super gut. Wir waren jetzt auch zusammen im Urlaub. Und ja, das wird mir immer noch nachgetragen, dass wir Matze als erstes rausgeschmissen haben und Jenny. Aber er hat mir verziehen. Ja. Ja, schade. Also ich hätte gedacht, vielleicht auch mit Silva, dass er auch guter Kontakt besteht. Da gibt es auch noch eine Aussprache, glaube ich, mit Fabio, Malisa, Steffi und Silva. Also theoretisch könnte man ja auch noch darauf reagieren. Ja, kommt darauf an, wie unbedingt ihr das sehen wollt. Aber könnt ihr mal kommentieren. Dann mache ich das eventuell. Ja gut, also ich gönne die beiden den Sieg irgendwie. Also ich hätte das jeder gewünscht. Wir haben alle mitgemacht. Alle haben sich gezeigt. Je mehr, je weniger. Aber wir haben halt alle die Spiele so gut wie möglich gemeistert. Und ja, ein paar hätte gewinnen müssen irgendwie im Endeffekt. Klar, ich hätte das vielleicht gerne selbst gewonnen. Also ich hätte lieber sozusagen Giuliano und Sandra diesen Sieg gegönnt. Ja, ich auch. Ja, aber wie es rauskam, also das heißt, ich gönne den beiden den Sieg nicht. Also gönnen lassen, leben und leben lassen. Die haben das Spiel gewonnen. Die haben die prominent Getränkstaffel gerockt. Passt, also rute ab an die beiden. Ob die noch ein paar sind oder nicht, das werden wir herausfinden. Aber leider nicht. Und das ist eine Tatsache. Respekt an die beiden. Also ich hätte den Sieg mehr Sandra und Giuliano gegönnt, weil Sandra also mein Girl ist. Und Giuliano und ich halt auch richtig dicke sind. Den habe ich auch vergessen zu sagen, dass er einer meiner Bezugspersonen ist. Aber für Nico hat es mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Letztendlich sind die beiden das Gewinnerpaar. Ich freue mich für sie. Aber im Herzen habe ich es lieber Sandra und Giuliano gegönnt. Also ich hätte das uns beiden gegönnt. Ja, das stimmt. Das war ja auch die Dämlichste, die wir rausgefallen sind mit der Fahne. Drei Sekunden. Ja, und damit sind wir hier auch wieder am Ende angekommen. War, würde ich sagen, eigentlich wirklich relativ harmonisch. Also trotzdem, manchmal waren die nicht einer Meinung. Wer sich jetzt letztendlich von wem getrennt hat, bleibt ein Rätsel. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Show mit den beiden. Und ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wie gesagt, kommentiert mal wegen den anderen Aussprachen und Wiedersehen, ob ich da noch drauf reagieren soll oder eher nicht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Morgen kommt wieder X on the Beach, Folge 5. Die wird sehr wild. Bis dahin und ciao.